Ja, hallo Männer, ich begrüße euch hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen. Das Thema heute, ja, ein typisches Männerthema würde ich sagen. Was ich heute vermisse am Mann, auch an unseren Politikern, die ja mit Masse Männer sind, Ausnahmen bestätigen die Regel, das Authentische, dieses Ich bin Ich. Ja, das ist eigentlich sehr schade, denn jede Person, wenn sie jetzt männlich ist, ich spreche jetzt nur von Männern, ich spreche nicht vom weiblichen Geschlecht, das ist nicht mein Ressort, ja, da kann ich nicht mitreden. Wer weiß, wie eine Frau tickt, naja, der hat das Geheimnis der Welt wohl erforscht. Ich rede heute von Männern und da ist die Identität von den meisten Männern ist weg. Die meisten Männer, die ich kenne und auch die Politiker, die wollen sich nach anderen Personen, anderen Männern identifizieren. Die wollen so sein wie andere Männer. Da ist ein unwahrscheinlicher Nachahmungseffekt da. Aber die eigene Person, die eigene Identität, die ist weg, die gibt es nicht mehr, die hat vielleicht nie stattgefunden, ja. Und da muss man mal das Übel an der Wurzel suchen und der Wurzel ist, die Wurzel liegt in der Kindheit. Die hat meist nie einen Papa, hat vielleicht eine strenge Mama, die dann das Kind alleine ziehen musste und so weiter und so fort. Das kennen wir ja alles. Und ich hatte neulich ein Erlebnis, da lag ich auf dem Teppich und um mich herum waren meine beiden Kinder, da war der Joffel vier Jahre alt und die Emilu, zwei Jahre älter. Und da habe ich darüber nachgedacht, dass ich meinen eigenen Vater nie kannte. Ich habe meinen eigenen Papa nie gekannt und das fand ich extrem schade. Und in meinem ganzen Leben, was ich immer, was ich gemacht habe in meinem Leben, das habe ich immer auf eine ganz spezielle Art und Weise gemacht. Immer so, so, so und so. Und nicht anders, nicht so und so, sondern immer nur mein, mein Weg. Ich bin immer nur meinen Weg gegangen. Und irgendwann habe ich darüber nachgedacht und habe mich selbst gefragt, Tom, warum hast du das gemacht? Weil ich immer irgendwo das Gefühl hatte, dass noch jemand da war. Nämlich meinen Papa, den ich nie kannte. Und der hat mir über die Schulter geschaut und der hat mich so ein bisschen gelenkt. Ja, der hat mich ein bisschen gelenkt. Und der wollte, vielleicht wollte ich in meinen Taten immer, dass mein Papa, der ja nicht mehr da ist, stolz auf mich ist. Ja. Und dann habe ich mein ganzes Leben im Stolz gelebt und im Eigensinn. Und das ist Stolz und Eigensinn. Das sind die zwei Komponenten, die den Männern heutzutage ein bisschen abgehen. Ein bisschen abgehen. Sich mit sich selbst identifizieren. Nicht tun, was die anderen machen. Seine eigene Meinung repressieren. Eigensinnig sein. Stolz auf sich sein. Ja. Und diesen Stolz auch projizieren auf die eigenen Kinder. Ja. Du lebst ein falsches Leben als Mann, wenn du immer nur die Meinung der anderen so wie sie nimmst, übernimmst und zu deiner Meinung machst. Das ist falsch. Männer, lebt euren Weg. Geht euren Weg. Habt eure eigene Meinung. Geht weg davon, anderen nachahmen zu wollen oder Mitläufer zu sein. Und das ist, was heute, das ist nämlich genau das, was heute Männern fehlt. Eine eigene Identität. Reflektiert. Wer bin ich? Wo ist meine eigene Meinung? Wo ist meine eigene Persönlichkeit? Wo ist mein kleiner innerer Junge, mit dem ich Connection habe, der mich auch ein bisschen berät. Da habe ich den kleinen inneren Jungen. Dann habe ich den Papa, der da irgendwo rumschwirrt. Und dann formt sich da so ein Kreis. Und im Zentrum des Kreises bin ich. Ich authentisch. Meine Meinung. Mein Weg. Und ich schaue mir nicht von anderen ab. Und das ist ganz, ganz wichtig, junge Männer. Wenn ihr ein gutes Leben führen wollt, ein authentisches Leben, dann folgt euren Weg und orientiert euch nicht nach anderen. Habt eure eigene Meinung. Das ist ganz wichtig. Ja, und das ist eigentlich die Message, die ich heute rüberbringen wollte. Mit dieser Message entlasse ich euch in den wunderschönen, sonnigen Tag hier in Schweden. Amitier, lächeln her. Dankeschön. Dankeschön. Bye-bye. Bye-bye.